Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Castle Crashers. Mal wieder. Ich find diesen Sprung so geil. Oh ne Scheiß, Mann. Ja, den hat er grad entdeckt. Zieh dir den Magiesprung rein. Warte, was passiert eigentlich, wenn man... Duuut. Danke. Au. Wo? Au. Au, au, au. Alter, ich lauf direkt rein, ne? Au, blau, 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 au. Was ist denn das hier für ein Scheiß, Mann? Da liegt Fleisch. Oh, guck mal, da liegt Fleisch. Warte, 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 was das für ne Logik grade war. Warte, weißt du, echt? Ja, ha, ha. Aber ich hab die jetzt nicht. Weißt du, was das grad für ne Logik war? Was denn? Wollte ich dir eben noch erwähnen, bevor wir zur Prinzessin gehen. Gang. Prinzessin. Komm nach rechts weiter. Dann geht's mal auf, wenn ich... Oh, wow. Oh. Hö, 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 hö. Achso, wir sollten ja auch... Woffel. Wir sind Rambo. Du hast es grad... wegge... Alter, damit kann ich mich richtig weit nach oben porten. Ja, lass mich die Arbeit machen, genau. Immer doch. Du bist doch mein... Mein Padawan. Ach nein, das war doch die Scheiße. Sind wir da festgestellt. Oh, oh, nein. Nein, dein Paravan bin ich. Paravan? Ich dachte, wie kann man die eigentlich... Wie kann man die abwehren? Indem du dich vor mich stellst. Fick dich halt. Fick dich halt. So ne Scheiße, Mann. Ja. Warum krieg ich das immer ab? Au. Scheiße. Schöße. Schöße mir doch die Nis hier, Mann. Kann man das... Kann man das abwehren? Kann man. Oder nicht. Äh. Ja. Yay. Woo. Party Spaß. Oh, ich hasse dieses, ne? Alter. Ohne Spaß. Jetzt geht auch. Mann. Ja, lass sie da in der Ecke. So, Mann. Wie ich den mal 61 mit meinem Schwert abziehe. Was war das, Alter? Es laggt. Ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Es laggt. Äh. Gebrenzt. Ich mag diese Tür auch. Die Tür ist toll. Low. Ja, nur nur ein 40. Und 49. Ah, ich schieße daneben. Ich glaube, ich habe auch gerade auch nicht getroffen. Wow. Das Gesicht ist so geil. Ich mag's jetzt Gesicht. Warum ziehen wir den kaum was ab? Ich zieh dem gut was ab. Ich ziehe mit dem Schwert kaum was ab. Ah, jetzt. Ach, das darfst du jetzt nicht so sagen. Du hast ein Critical. Ja. Ja. Ich glaube, das kommt so mit der Zeit. Man, ich glitsch immer, also nicht glitschig, gleich immer weg von dem. Ja, das passiert mir auch. Dass hier so rutschig ist. Das ist ganz schön glatt hier. Da müssen wir Eis streuen. Äh, Eis streuen. Salz streuen. Sand streuen. Genau, lass uns einfach mit Eis bekämpfen. Das ist ein Plan. Immerhin. Das ist kein Plan. Wenigstens habe ich Ideen. Du bist innovativ. Ich treffe nicht, ey. Ich auch nicht. Ah, doch jetzt. Drei mal. Na. Mann. Was soll das denn? Na. Warum? Ich treffe einfach nur. Ja. Wie ist das? Was soll das denn? Ich treffe doch genau. Halt mal drauf da. Mit deinem... Diefste Ding. Da einfach mal hier gleich herkommen wird. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Hier müssten wir im Prinzip dann Gold bekommen. Ja, ich glaube auch. Immer bei den Prinzessinnen, glaube ich. War das so genau? Ja. Ja, stimmt. Nur bei den Prinzessinnen. Au. Wie viel Leben der einfach mal hat. Ja, jetzt komm, rauf da, rauf da, rauf da. Glaub ich ja. Dann mal hier auf der Seite. Ich bin tot. Echt? Muss ich wieder regeln, oder was? Nein, wiederbelebt mich. Wiederbelebt mich. Sau so. Ja, du bist doch gar nicht da, oder? Doch, ich bin da drüben. Bist du okay? Ach da. Ja, jetzt ist es gerade Tacke. Ist egal, ich lebe wieder. Ja, du hast aber kaum Leben. Ist egal. Alter, was, 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 was? Wurde, 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 wurde. Critical hatte ich schon wieder. Was geht jetzt ab, Alter? Jetzt macht er ernst. Jetzt rastet er voller aus, ey. Getroffen einmal, wenigstens. Jetzt, komm, 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 komm. Ja, ja, fast. Warte, 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 ich hab ihn. Äh, ist doch. Mann, Mann, Mann. Ich mach ihm trotzdem noch Schaden. Äh. Ja. Yeah. Also, ich brauch ein bisschen Geld, ohne Scheiß, Mann. Ich muss mir Medipacks kaufen. Ah. Du hast doch 100. Ah, das ist mein Geld. Nein. Ja, wer gewinnt? Ach, du bist schon tot. Von dem Schlag. Äh. Scheiße. Na komm, hol dir deine Nutte, Mann. Oh, Mann. Das Pixelherz ist so süß. Oh, Mann. Ich hab gleich wieder ein Level ab. Guck mal, meine XP-Dinge sind. Ja. Ach, guck mal. Alter, 1000 EXP erstmal. What the fuck, Mann. So, jetzt kann ich erstmal leveln. Jetzt gibt's erstmal gleich... Ist zwei Level gestiegen? Ja. Okay. Pausen, Ende, Folge, Dingens. Äh, guck mal. Wir gucken noch... Ja, das kann man machen. Oder... Ja, wir haben sechs Minuten. Äh, kann man ruhig machen. Ach, so. What? Scheiße, Mann. Ist das teuer. What the fuck, Mann. Das hier ist heftig. Oh, ein Hund. Den hätt ich gern. Der hast du doch. Nein, der hab ich nicht. Doch, der ist schon bei den Dingens. Bei den Tieren. Nein. Das ist ein anderer Hund. Oh, Entschuldigung. Wir gucken jetzt nach. Das ist ein anderer Hund, Scheiß, Mann. Das ist der Schwarze. Sicher. Ja, der schilft dir nur schneller zu kramen. Da war auch irgendwas Gelbes. So, da ist er. Ne, 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 jetzt komm mal mit. Das war die Katze da hinten. Sicher. Ja. Ich bin der Meinung, hier war noch was, aber... Da kommt dann der andere Hund hin. Magie, sprung. Magie, sprung. Normaler Sprung. Warte, warte, warte. Ich hab irgendwie so ein Scheiß-Tier jetzt. Das ist mir grad noch eingefallen. Nein, ich spiel. Was macht denn der? Was macht der? Verletzt Feinde und Freunde, die dem Tod nahe sind. Ach, deswegen hast du, glaub ich, eben Schadenbegrüchte, oder? Ich spiel mein hässliches Tier und Tier. Dein Rambock. Ah, warte mal. Warte, du hast doch nur dieses Keulenteil da. Ich hab ne Keule, genau. Keule, ja. Dein Keulenteil. Ich will gerne wissen, was das war. 15 plus... Ist das die, die ich hab? Ne, das ist ne andere. Nein, das ist die. Nein, die leuchtet. Deine hat den auch geleuchtet. Pff, das macht er öfters. Hihihihi. Im Dunkeln, ne? Hihihihi. Ich spiel. Radio. Ich frag mich, wozu dieses Schwert da ist. Das ist cool hier. Guck mal. Plus 6, Verteidigung. Welches Level? Das hier. 20. Ne. What's that? What's that? Hier ist deine Keule. Hm, meine Keule. Kann ich die nehmen? Ah. Hast du nicht gefunden. Die ist natürlich geil. Aber ich kann die auch nicht nehmen. Achso, die ist Level 20. Die ist natürlich... Ja, die ist geil. Ach, die hast du gar nicht freigeschaltet, oder was? Doch, eigentlich schon. Aber wieso kann ich die nicht nehmen? Weil du kein Level 20 bist. Na, wer weiß. Das ist natürlich... Ne, das ist scheiße. Es gab irgend so ne geile Waffe hier. Und 30. Von dir. 5... Die ich haben wollte, glaub ich. Das ist aber nicht mehr welch. Der Blitz. Die hier, glaub ich. Die hier ist natürlich auch geil. Plus 6 Agilität. Was wird... Was ist mit Agilität? Du kannst ja schneller rennen. Ich glaub ich nehm die, äh... Ein bisschen, ne? Ich glaub ich nehm die andere wieder, äh... Welch war das? Die hier. Natürlich auch nicht schlechte Schlüssel. Die hier hast du aber noch verteidigung. Ja, whatever. Nehmen wir erst mal die wieder. Die passt ja erst mal ganz gut. Jupp. Äh, ja, dann... Folgenende, ne? Weißt du? Äh, ja, ja. Aber warte, wir brauchen noch Heidtränke. Ja, ja. So. Nein. Hab ich jetzt ne Bombe gekauft? Möp. Ich finde, konnte man noch irgendwas zerstören. Eins. Guten, Leute. Ich hörte. Hust. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Couser Crushers. Oh Gott, ist das warm hier drin. Jupp. Ich geh voll ein. Naja. Ich hab mein Fenster auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.